Immer wieder wurde Moise belächelt, dass er ein YouTuber und kein Rapper sei. Aus dem Grund soll er aufhören Musik zu machen. Nicht nur seine eigene Community hat ihn deswegen attackiert, sondern auch eine Handvoll Rapper in der Szene. Doch mit seiner Unterschrift bei BBM hält er fest an seinem Traum und ist ab jetzt offiziell ein gesigneter Rapper, der auch rumdisst. Dies hat ein paar Leuten aus der Szene nicht gefallen. Denn Bushido, so wie Animus und jetzt auch Asche reagieren darauf. Bushido versucht ihn und seine Entscheidung zu ignorieren. Animus kündigt an, dass er ihm mindestens einen Seitenhieb verpassen will und Asche bereitet sich auf einen kommenden Beef vor. Denn jeder, der mit Moise cool ist, ist ab heute sein Feind. Somit auch San Diego und Yuri, die ebenfalls bei BBM sind. Interessant, dass Kollegah auch befreundet ist mit San Diego. Ob das zu Spannungen führen könnte zwischen den beiden? Den Kollegah ist sowohl mit Sunny als auch mit Asche cool. Also, wir haben, wie gesagt, wirklich nur gefurzt, Dima. Leute wissen auch gar nichts. Gar, gar, gar nichts. Es war auch eigentlich süß gemeint, es war gar nichts so. Aber, wie gesagt, Bruder, herzlichen Glückwunsch. Ich bin jetzt seit gefühlt zwei Minuten da. Und du siehst, wir sind heute auf Twitter. Platz 1. Komm, Alter. Das meistgesuchte Wort in Deutschland. Wusstest du das mit 80.000 Tweets? Ist das meistgesuchte? Ja, heute. Moise. Ich muss gerade wieder mal machen. Genau, ich wollte Statement machen. In dem Sinne, wir haben nur gefurzt. Wartet, bis wir... An die Rap-Check-Community. Jetzt seid ihr wieder up-to-date und wisst natürlich, was momentan in der Rap-Welt passiert. Um nichts zu verpassen, könnt ihr meinen Kanal abonnieren und die Benachrichtigung aktivieren. Was denkt ihr? Wie wird Asche auf das Ganze reagieren? Und werden von San Diego und Moise weitere Disses folgen? Ich freue mich schon, wenn ihr nächstes Mal wieder dabei seid. Mein Name ist Memo und bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal.